Ludwig Wegal Kögel ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler wurde mit dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart in den 1980er und 1990er Jahren sechsmal deutscher Meister. In der Nationalmannschaft wurde er in zwei Spielen eingesetzt. Karriere Vom 6. bis 16. Lebensjahr war Ludwig Kögel bei seinem Heimatverein FC Penzberg als Fußballer aktiv. Bevor er über die SPV GG Steinberg zur A-Jugend des TSV 1860 München wechselte. Bei den Münchner Löwen blieb Kögel nur ein Jahr lang, kam aber bereits im Erwachsenenbereich zum Einsatz. Bis Sommer 1984 absolvierte er zwölf Spiele in der damals drittklassigen Bayernliga und schoss dabei zwei Tore. Sein Bundesliga-Debüt gab Kögel am 25. August 1984 beim 3-1 Auswärtserfolg über Arminia Bielefeld, als er in der 61. Minute für Michael Rummenigge eingewechselt wurde. Seinen ersten Treffer erzielte er am 21. Mai 1985, als der FC Bayern München beim Karlsruher SC mit 4 zu 0 Toren gewann. Des Weiteren kam er zu sechs nationalen und 33 internationalen Pokalspielen. Der Sieg im Finale des Europapokals der Landesmeister 1987 blieb ihm und seinen Mitspielern durch die 1 zu 2 Niederlage im Wiener Prater Stadion gegen den FC Porto verwehrt. Seinen Führungstreffer per Kopf gelicht der Algerier Raba Majer durch einen sehenswerten Hackentreffer aus. Ehe Juary Philho der Siegtreffer in der 80. Minute gelang. In den Jahren 1985, 1986, 1987, 1989 und 1990 gewann er mit den Bayern die Deutsche Fußballmeisterschaft und 1986 die K-Sekunden-DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart mit 5 zu 2 Toren. Ein Jahr zuvor hatten die Bayern an gleicher Stelle gegen den FC Bayern 05 für Dingen mit 1 zu 2 verloren. Nach dem Wechsel zum VfB Stuttgart 1990 gewann er zwei Jahre später seinen sechsten und letzten Meistertitel, bedingt durch den 2 zu 1 Auswärtssieg über Bayern 04 Leverkusen am letzten Spieltag der Saison 1991, 92. zu dem er die Vorlage, die Guido Buchwald vier Minuten vor Spielende nutzte, gab. International war Kögel dreimal für den VfB in der erste Runde der Champions League aktiv, in der der Verein erst im Entscheidungsspiel gegen Leeds United ausschied. Im DFB-Pokal kam er fünfmal zum Einsatz und erzielte er ein Tor. Von 1996 bis 1999 spielte Kögel 94 Mal in der Nationalliga A für den FC Luzern, erzielte 13 Tore und spielte zweimal im Europapokal der Pokalsieger, indem man in der erste Runde gegen Slavia Prag ausschied. Nach der Rückkehr in seine Heimat im Jahr 1999 stand er bis zu seinem Karriereende 2001 zwei Spielzeiten lang beim Münchner Vorortverein und Bundesligisten SPVGG Unterhaching unter Vertrag. Sein letztes von 40 Spielen bestritt Kögel am 15. Dezember 2000 beim 2 zu 0 Heimsieg über Eintracht Frankfurt. Er wurde fünf Minuten vor Spielende für Altin Ruckley eingewechselt. Am 5. Januar 1984 debütierte Kögel in der U18-Nationalmannschaft, mit der er in Leningrad Frankreich mit 2 zu 0 besiegte. Einen Tag später gelang ihm beim 7 zu 0 Erfolg über Belgien sein erstes Tor im Nationaltrikot. Sein letztes von sechs Spielen in dieser Auswahlmannschaft bestritt er am 10. April 1984 in Kufstein beim 1 zu 0 Sieg über die Auswahl Österreichs. Für die U21-Nationalmannschaft spielte er zwischen 1984 und 1987 16 Mal erstmals am 16. Oktober 1984 in Münster beim 1 zu 0 Sieg über Schweden. Letztmals am 2. Dezember 1987 in Sofia bei der 1 zu 2 Niederlage gegen Bulgarien. Kögels Debüt in der A-Nationalmannschaft fand in Mexiko statt. Am 15. Juni 1985 unterlag man dem Gastgeber in einem Freundschaftsspiel mit 0 zu 2 Toren. Sein zweiter Einsatz am 17. November 1985 in einem WM-Qualifikationsspiel gegen die CSSR war schon sein letzter. Erfolge Finalist im Europapokal der Landesmeister 1987 Deutscher Meister 1985-1986-1987-1989-1990-1992 DFB-Pokalsieger 1986 DFB-Supercup-Sieger 1992 Nach der aktiven Laufbahn Seit 2001 leitet Ludwig Kögel das Sportmanagementunternehmen Kögel und Partner GmbH mit Sitz in Rothenburg. DFB-Supercup-Sieger